So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 9. Juli 2021 gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen werfen, die wir zu sehen bekommen haben. Gestern hat es ja dann durchaus ein bisschen Turbulenzen gegeben, in Anführungsstrichen. Es gab einen kurzen Spike im Volatilitätsindex im WIX zurück über die 20er Marke, aber ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt gewünscht, dass da vielleicht mal ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, Luft abgelassen wird, besonders in US-Equities. Schaut euch den Kursverlauf an, jetzt nicht nur im Hinblick auf den DAX, der jetzt sehr deutlich wieder gegen die 15.300er Marke, nach kurzem Unterschreiten der 15.500, jetzt die 15.500er Marke doch deutlicher zurück zu erobern scheinen. Zeitgleich sind wir auch im WIX wieder im Rückwärtsgang, haben wir den Rückwärtsmodus eingelegt und ja, also das war ein kurzer Anflug mal von Volatilität, der sich noch nicht mal in der Lage zeigt, wir einige Tage dann eben tatsächlich zu überdauern. Also war mal kurz ein Anflug der europäischen Handelssitzung und dann war es das auch schon wieder. Ich gucke mal ganz kurz, ob alles gut übertragen wird, aber das sieht sehr schön aus. Fein. Also sollte es in irgendeiner Form irgendwo irgendwie Schwierigkeiten geben oder so gleich, dann schreibt das bitte in die Chatbox, dann würde ich da kurz einen Blick drauf werfen. Also wir werfen zunächst, bevor wir durchstarten wollen, einen Blick wie gewohnt auf den Risikohinweis. Der Handel mit Divisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, ausgehend vom Umstand, dass es sich um komplexe Handelsinstrumente auf Margin gehandelt handelt und in diesem Zusammenhang machen man sich bitte vorher, nicht nur darüber ist man sich darüber im Klaren, wenn man den Handel beginnt, dass diese Handel, diese Instrumente mit entsprechenden Risiken einhergehen, sondern es stellt sich auch die Frage, ob das persönliche Risikoprofil, das man hat, das man für sich selber natürlich zu erstellen hat, das dafür geeignet ist. Und alle Informationen rund um die Produktpalette von Markets.com inklusive auch diesem Risikohinweis hier findet ihr auf Markets.com.de. Für weitere Informationen kontaktiert gerne die Elena per E-Mail bzw. kontaktiert auch mich gerne im Hinblick ganz besonders aber auf Fragen rund um die Märkte. Und dann switchen wir hier einmal in die MarketsX Handelsplattform. Ich räume mal hier hinten ein bisschen auf. Und ja, da haben wir dann den Blick, wie gesagt, auf den DAX. Wir werden gleich einen Blick natürlich werfen auf entsprechend den US-amerikanischen Aktienmarkt, natürlich den S&P, ganz besonders auch den Nasdaq, der da einen Rücksetzer jetzt schon gesehen hat. Wir sehen auch hier, da sieht man schon den US 500, das ist die S&P 500 Indikation hier bei Markets zurück über die 4300er Marke. Gestern gab es einen kurzen Rutsch unter dieses Niveau, aber wir haben Quick Rebit gesehen und naja, eben entsprechend werden wir jetzt sicherlich hier hauptsächlich, weil das Hauptvolumen natürlich erst heute Nachmittag reinkommt, durch die europäischen Märkte noch umgezogen. Schauen wir mal, ob es jetzt hier zu einer Neumarkierung von Allzeithochs reicht oder ob wir jetzt tiefere Hohs markieren und es eventuell doch nochmal zu einem Legdown kommt. Vor dem Hintergrund der ganzen überschüssigen Liquidität scheint es ein wenig, also ehrlich gesagt, der erste Gedanke, der mir kam, besonders jetzt auch im Hinblick auf die derzeitige Performance, die wir eben zu sehen bekommen, war, nun ja, jetzt in diesen Dip, den wir mal zu sehen bekommen und nochmal, Dip ist sehr großzügig formuliert, wir sind gestern mal kurzzeitig etwas mehr als 1% im S&P korrigiert und sind sofort Rebit gewesen und haben eben den Tag deutlich, nicht positiv, aber zumindestens mal oberhalb von minus 1% beschlossen. Ich hatte ja schon in den letzten Tagen mal mal wieder gesagt, selbst wenn es mal zu einer Korrektur kommt, das höchste der Gefühle, was ich dem S&P hier zugestehe, sind vielleicht zweieinhalb bis drei Prozent, bis in Gefühle um 4.220 Punkte eventuell, bis dahin hat es gar nicht gereicht, eventuell kommt das noch, aber wenn man sich die aktuellen Entwicklungen auch im Volatilitätsbereich eben anschaut, dann sieht es eher danach aus, als wenn es das jetzt schon mal wieder kurz war und der Sturm im Wasserglas, das ist wirklich lächerlich, ehrlich gesagt, dass wir darüber reden, aber das war nichts, also das war gestern mal ein bisschen Abgabedruck, der sich eben im DAX dahingehend dann beschleunigt hat, dass wir unter die 15.500er Marke eben entsprechend weitere Abschläge gesehen haben, die ich ja so auch skizziert hatte, also hier im Morning Meeting bzw. in diversen DAX-Analysen, auch in den entsprechenden Updates, ich hatte gestern glaube ich auf Twitter entsprechend hatte ich was geschrieben gehabt, ich müsste jetzt tatsächlich gucken, aber ich glaube ich hatte gestern früh, also standardmäßig schreibe ich immer eine Einschätzung zum DAX und ich gucke mal jetzt auch mal ganz kurz, hier einmal auf dem Parallelbildschirm, wie mein genauer Lingo war, 8. Juli, Open Range zwischen 15.500, 52 und 6.78, Modus auf H1 weiter Rangebound, aber Intraday-Modus unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten ist deutlich short, bei Break unter 15.460, genau das war ja das Level, wo ich sagte hier unten, die Range, vielleicht ist es gar nicht mal das Runde-Level, sondern eher so diese Tiefs, die sich hier ausgebildet hat am 30. Juni bzw. hier am 6. Juli, bei Break unter 4.60, klares Short-Signal mit erstem Ziel um 15.300 Punkte, naja, das ist dann ziemlich punktgenau abgelaufen worden, wir sind im Tief gehandelt gestern, Tief gehandelt worden, ich gucke mal ganz kurz, bzw. wir können auch mal hier in dem Chart gucken, da haben wir es noch mal ein bisschen akkurater, 15.3, oh da ist er, 302.9, nicht schlecht, also zwei Punkte, wie gesagt, 300er Marke hatte ich in dem Tuit gestern abgesetzt und jetzt sehen wir halt entsprechend diesen Bounce gegen diesen Bereich zurück über die 500 hier und man kann was erkennen vielleicht bei genauerer Betrachtung, ich habe nämlich hier, habe ich ein, statt einer grünfarbenen Linie, habe ich eine blaufarbene Linie gemacht und das habe ich ganz bewusst gemacht, diese farbliche Abhebung, denn das ist für mich jetzt das, was man normalerweise aus dem Equities-Bereich kennt, also wenn ich die Einschätzung zum Beispiel schreibe zu den jeweiligen Aktien, die ich als relevant oder interessant für den jeweiligen Tag erachte, dann spreche ich immer von sogenannten Inflection Points oder Inflection Leveln und damit ist gemeint, dass ich eben unabhängig jetzt davon, was sich technisch dann ergibt, oberhalb dieses Inflection Points eher die Long-Seite und unterhalb dieses Inflection Points eher die Short-Seite eben entsprechend favorisiere. Und wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang, ich gehe mal ganz kurz auf diesen Tweet von heute früh, fahre mal ein bisschen nach oben hier, so da sieht man eben, da schreibe ich, ich mache das mal ein bisschen größer, da schreiben wir, meine Inflection heute 15500, stabilisieren wir uns unterhalb, bin ich eher Short, schreibe ich zu diesem Zeitpunkt. Das hatte auch damit zu tun, weil wir nämlich nach dem ersten Versuch hier die 15500 zurück zu erobern, das kann man ja hier an dem Screenshot sehen, dann sofort entsprechend wieder zurückverkauft worden sind, obwohl, und das ist ganz interessant, obwohl wir erst mal oberhalb des EMA50 gehandelt sind. Also das heißt, ich bin zwar hier nicht hyperaggressiv Short, aber ich würde besonders, wenn es dann zu einem früher oder später Drop unter die 15500 kommt, Stabilisierung unterhalb und Rutsch unter den EMA50 eher die Short-Seite favorisieren. Und genau so ist dann eben hier an dieser Stelle diese Begrifflichkeit Inflection eben zu verstehen. Und naja, wir haben uns kurz drunter gehalten und jetzt sehen wir, streben wir auf neue Tageshochs und damit ist zunächst einmal dieser bärische Modus dahin. Wir handeln weiter oberhalb des EMA50, wir handeln oberhalb dieser jetzt blau gestrichelten Linie, für mich ist das ein klares Long-Signal. Ich gehe jetzt zwar nicht davon aus, dass wir hier den ultimativen Long-Modus einschlagen, dadurch oder dafür ist das Bild weiterhin zu fragil. Das macht sich auch mehr und mehr bemerkbar in der jeweiligen Rhetorik der Notenbanker. Wir sollten uns erinnern, gestern zum Beispiel hat Frau Lagarde sich geäußert und hat in diesem Zusammenhang ebenfalls die etwas größere Flexibilität in Bezug auf die Inflationszielmarke von 2% thematisiert. Wenn man genau zuhört, dann merkt man mehr und mehr Spannungen innerhalb auch des Bankensektors offensichtlich oder beziehungsweise hinsichtlich des europäischen Gemeinschaftsprojektes in Bezug auf den Euro. Nicht, dass das für uns überraschend wäre, für jemanden oder für uns, die sich damit intensiv tagtäglich im Grunde genommen auseinandersetzen, aber es macht sich eben dann auch in dieser Rhetorik deutlicher bemerkbar, finde ich. Also das ist relativ klar und deutlich, dass dort mehr und mehr offenbar wird, dass man eventuell nicht nur Spannungen versucht zu antizipieren, sondern auch in gewisser Form ins Rudern kommt, sobald eben kritischere Nachfragen eben im Hinblick beispielsweise auf die Erreichung von Inflationszielen, Stabilität im Bankensektor und dergleichen kommen. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr, wenn wir auf den Euro-US-Dollar blicken, der die 1,18er-Marke interessanterweise hat verteidigen können. Zunächst, wie gesagt, einmal hier der Blick auf den DAX. Ziele, wir haben jetzt potenzielle erste Zielregionen um 15,55 haben wir hier erreicht. Das ist ein Bereich, der hatte in der Vergangenheit häufiger schon als Unterstützung bzw. eben als Widerstand fungiert. Also ist erkennbar, diese Region, in der wir aktuell handeln, also man kann sehen, diese dünnfarbene Linie, die jetzt hier den jeweiligen Kurs kennzeichnet, wo wir gerade handeln, man kann erkennen, dass eben hier diverse Auflagepunkte in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und ich finde sie schon bemerkbar, also man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein, wir haben vorher einen Job wegen des seitwärtsgerichteten Modus ausgebildet gehabt, das heißt also früher oder später wirst du dort immer irgendwie irgendwo einen Zwischentief finden. Das ist ähnlich wie mit Fibonacci, Pivotpunkten und sonst dergleichen. Wenn du genug in den Chart legst, dann wirst du irgendwann mal einen finden, der getroffen wird und dann kommt man relativ schnell in die Versuchung zu sagen, siehst du, genau deswegen, weil der Punkt da liegt, deswegen reagieren wir dort. Das ist allerdings dann eher ein Zufallsprodukt. Aber in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass wir trotz dieses Verweilens innerhalb dieser Range, jetzt über ein Zeitfenster von fast drei Wochen, diverse Male in diesen Gefilden eben reagiert haben. Sowohl von oben nach unten, als auch von unten nach oben, entsprechend, wenn wir diesen Bereich angelaufen sind. Und deswegen würde ich den derzeit eben genauer beobachten. Das hieße jetzt nicht, dass ich mich aggressiv short gegen den bewegen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell jetzt über die kommenden Stunden in den Wochenschluss hinein mit Ausblick auf die US-Eröffnung ab 15.30 Uhr und nicht dem ganz klaren Bild, welches sich dort zeigt. Der Frage, ist das jetzt schon auf der Unterseite gewesen oder kommt dort eventuell noch etwas, das könnte dann im Umkehrschluss bedeuten, dass Chancen-Risiko-Verhältnis-Technische, Long-Engagements eher unattraktiv werden. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig in diesen Gefilden. Aktuell, wenn ich mich Long positionieren wollte, würde ich das lieber in einem sogenannten Pull-In machen. Das heißt also, dass wenn der DAX jetzt hier gegen diesen Bereich zunächst reagiert, es zu einem Rücksetzer kommt und dann wir auf den 15.500er Bereich vielleicht zurücksetzen, nochmal einen Rücksetzer hier auf den EMA50 sehen, auf diese gleitende Durchschnittslinie, hier die sich dort unterhalb des Kurses langzieht, dann würde ich eben versuchen, mich gegen die nochmal Long zu positionieren und Stop wählen, aller spätestens unterhalb der bis dato Tagestiefs, also jener jedenfalls, die mit erhöhtem Volumen gelaufen sind, also Open-Range-Tiefs werden es in diesem Fall, würde ich den Stop setzen unterhalb der 4, ja wahrscheinlich 4,60, 4,65 so in diesem Bereich, hätte ich mal aller spätestens meinen Stop und dort wollte ich nicht mehr Long sein. Aber nochmal, ich sehe einerseits weder auf der Oberseite jetzt, infolge der gestrigen Volatilität und der derzeit mehr und mehr vernehmbaren Unsicherheit, sehe ich weder auf der Oberseite die Bäume in den Himmel wachsen, aber auch nicht zwangsläufig auf der Unterseite. Da nämlich das Key-Level, welches gestern dann weitere Dynamik begünstigte, mit Unterschreiten der 4,60, 500, 4,60er Region eben, eben unterschritten wurde und dadurch natürlich jetzt an Signifikanz zunächst einmal jedenfalls eingebüßt hat und jetzt eben das neue Impulse eben tatsächlich benötigt. So, also das bedeutet, wie gesagt, die aggressive Fraktion Traded Pull-Ins gegen den EMA 50, 15.490, 15.500 Punkte, Stop allerspätestens bei 4,60 hier an dieser Stelle, also unterhalb der Open-Range-Tiefs. Ziel, ja, das ist nämlich genau das Problem, Ziel bei solch einem Entry, dann bist du bei 35 Punkten Risiko, siehst du an der Stelle wirklich eine erhöhte Chance, dass es zu einem Lauf in Richtung der 15.600er Region kommt. Einerseits ja, allerdings setzt es voraus, dass es die Unterstützung seitens der US-Märkte gibt. Das ist mit einer der Gründe, weswegen ich solch ein Setup auch nur mit ganz reduzierter Positionsgröße, wenn überhaupt eben tatsächlich traden würde. Eintrüben würde sich das Bild klar, unterhalb von 15.500, besonders wenn wir neue Tagestiefs markieren, wenn wir unter den EMA 50 rutschen, dann wäre sogar nochmal denkbar, mit entsprechendem Abgabedruck eben aus den USA, dass wir nochmal in Gefilde um 15.300 Punkte eben setzen, jedenfalls in der kommenden Woche, vielleicht eine Vorbereitung dafür sehen, wo es allerdings auch einen Trigger benötigt, einen externen Trigger, mir fällt gerade ein, ich habe was vergessen, ich wollte nämlich noch Biden Chinese Stocks, wollte ich noch googeln. Und zwar hier, da ist heute früh nämlich auch eine News über den Ticker gelaufen, also eine, die sich ja schon seit geraumer Zeit jetzt hält, in Folge, so, in Folge der Entwicklungen rund um Didi, dem IPO da letzte Woche. Hier sieht man, es gibt diverse US-Indizes, die eben chinesische Aktien, ADRs und dergleichen eben beinhalten. Und hier gibt es eben eine Erklärung jetzt, oder beziehungsweise Schritte seitens der USA, China Stocks to remove more China Stocks from Indices over US ban. Das heißt also, dass man seitens der USA, der Biden Administration plant hier, sehr strikt gegenüber chinesischen Unternehmen eben vorzugehen, im Hinblick eben auf chinesische Unternehmen, die in US-Indizes gelistet sind. Und wir sehen es hier, US-President Joe Biden signed the order on June 3rd. Also das ist eigentlich schon eine geraume Zeit her, wir reden eigentlich schon von Entwicklungen jetzt rund um einen Monat, die sich aber jetzt nochmal deutlicher beginnen zu intensivieren durch die Tendenzen oder Tendenzen nicht, beziehungsweise die Entwicklung rund um Didi und den IPO. Und diese Entwicklungen, die dort stattgefunden haben, da gab es ja über das vergangene Wochenende, also letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, jetzt muss ich genau schauen, gab es den Didi IPO. Das ist dieser Uber-Lift-Konkurrent direkt aus China. Nochmal kurz Update für alle, die damit jetzt nicht ganz so firm sind, vielleicht das Morning Meeting in den letzten Tagen nicht gesehen haben. Und es gab es über das letzte Wochenende, gab es einen Ban seitens der chinesischen Regulierung, Regierung, Regulierer auch, und zwar dieser App, die für Didi dort eben entsprechend genutzt wird und dann entsprechend die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und die haben diese App aus dem App-Store verbannt. Natürlich entsprechende Entwicklungen in der Aktie nach sich gezogen. Ich mache mal ganz kurz hier die Didi-Aktie auf. Hier haben wir sie, Didi Global. So, da war diese Entwicklung. Wir haben ja, Moment, also wir sehen, einige Gaps down in den letzten Tagen. So, das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart. Hier war der IPO. Da haben wir ja schon einen entsprechenden Abgabedruck gesehen. Da war das Key-Level die 16 und da konnte man eventuell, ich habe diesen IPO nicht getradet, das hat auch damit zu tun, weil es aktuell tatsächlich keine verfügbaren physischen Aktien zum Shorten gab. Interessanterweise war das hier über den CFD möglich, der Markets X anbietet. Das ist eben etwas, was dann den Vorteil von CFDs gegenüber physischen Titeln auch an der Stelle besonders für Privatanleger eben herausstellt. Was allerdings auch erkennbar sein sollte, ist natürlich, wenn ich im physischen Bereich Schwierigkeiten habe, die Aktie zu shorten, dann wird es schon ein bisschen tricky, ehrlich gesagt, ob ich dann einen CFD shorten will, weil natürlich der Liquiditäts-Provider an der Stelle keine Möglichkeit hat, diese Order meinerseits aus dem derivativen Bereich an den Primärmarkt weiter zu routen. Das ist etwas, was eben diese ganze Sache doch sehr, sehr hakelig schon aus dieser Perspektive tatsächlich gestaltet hat. Also die Möglichkeit zum shorten Bestand, ja, aber das sollte man im Hinterkopf behalten. Und gut, also hier gab es dann eben entsprechend dann dieses verlängerte US-Wochenende und dann gab es dieses massive Gap down mit Abschlägen. Schlusskurs lag letzte Woche Freitag etwas oberhalb von 15 Dollar und dieses Gap down hier, diese massiven Abschläge, die haben eben mit diesen Entwicklungen rund um diesen App-Store-Ban seitens der chinesischen Regierung zu tun. Was jetzt bekannt wurde, ist, dass eben hier, ich weiß gar nicht, waren es sogar chinesische Reguliere, an das Management von dir, die herangetreten sind und gesagt haben, ihr solltet ausgehen von diesen geplanten. Also das ist nichts Überraschendes eigentlich. Also für Insider war das durchaus absehbar, dass solch eine Entwicklung stattfindet. Deswegen stellt sich so ein bisschen die Frage, warum man trotzdem diesen IPO derart vorangeprescht hat. Wer da die Entscheidung oder die Zügel in der Hand hatte, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wer da die Entscheidungsgewalt hatte. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass sich herauskristallisiert, sehr deutlich, dass eben das Management wusste, dass diese Restriktionen anstehen könnten. Und diese Ungereimtheiten, die haben da nicht nur zu diesem Gap und massiven Verlusten auch besonders bei Privatanlegern geführt. Wir erinnern uns dran. Jim Cramer, der hatte letzte Woche, vor zwei Wochen, also noch vor dem Didi-IPO, hatte der sich dann in die Richtung hier geäußert gehabt, dass er sagte, man sollte so viele Didi-Shares, also Aktien dieses Unternehmens kaufen, wie man nur irgendwie bekommen könnte. Was natürlich die Frage jetzt aufwirft, wieso jemand zu solch einem Statement kommt. Ist der wirklich so naiv? Hat er keinerlei Einsicht? Ich könnte mir, wie gesagt, an der Stelle vorstellen, dass das vielleicht, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass wir in irgendeiner Form, ja, vielleicht bewusst Spannungen zwischen den USA und China in irgendeiner Form aufbauen, die dann eben solche Entwicklungen hier befeuern, um diese, hier, US-Präsident Joe Biden, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, signed the order on June 3 that bans US entities from investing in dozens of Chinese companies with alleged ties to defense or civilians, technology sectors, replacing an earlier order under Donald Trump. Also das heißt, er hat eine, 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 eine order hier gesigned, also, ja, ihr wisst, was ich meine, schon, wie gesagt, im Juni, die eben US-Entities from investing, also einige Einheiten an Investoren, Verbände, ja, auch Privatanleger an der Stelle sicherlich, in viel, in einer Vielzahl, in Dutzenden von chinesischen Firmen zu investieren, die eben Verbindungen haben im Hinblick auf Verteidigung beziehungsweise Surveillance Technology Sectors, also, das heißt, naja, jetzt müsste ich mal kurz überlegen, wie kann man Surveillance, Surveillance übersetzen, kurzen Augenblick, Überwachung, ja, genau, Überwachung an der Stelle, eben Überwachungstechnologien und dergleichen und diese Entwicklungen, die jetzt hier stattfinden, die sich eben schon zeigen, diese Spannungen, die dort aufgebaut werden zwischen den USA und China, die machen wir deswegen zum Thema, weil das natürlich ein Eskalationspotenzial beinhaltet, denn heute früh hatte sich in diesem Zusammenhang, ich muss mal kurz schauen, ob das hier in dem Artikel drinsteht, weil der nämlich jetzt jüngst veröffentlicht worden ist, hier kann man es ja sehen, drei Minuten zu lesen, 9. Juli, dann gucken wir mal ganz kurz hier bei Twitter, ich kann euch sagen, da gab es heute früh ein Statement seitens der chinesischen Regierung, wo haben wir es, hier, da, China Foreign Ministry on media report, that US said to add more Chinese companies to blacklist over Zhangjiang, says, China will take all necessary measures to protect Chinese companies. Also, heute früh hat sich das Außenministerium der Chinesen in diesem Zusammenhang geäußert, auf diesen media report, also auf diese Berichterstattung, dass die USA weitere Firmen innerhalb dieses Bands, dieser Order, die Joe Biden dort unterzeichnet hat, dass da mehrere Unternehmen verstärkt jetzt auf diese Liste gesetzt werden, dass eben die chinesische Regierung durch diese Entwicklung durchaus im Klaren ist und dass sie entsprechend alles Notwendige tun wird, um chinesische Firmen zu beschützen. Ich formuliere es direkt da, die Spannungen zwischen den USA und China, die sind durch die Abwahl Donald Trumps und die jetzt Installierung der Biden Administration keineswegs verschwunden, sondern ganz im Gegenteil, sind eher noch intensiver geworden. Und diese Spannungen, die haben eventuell auch damit zu tun, ich meine, das ist zwar rein spekulativ, aber schaut euch die Entwicklung rund um die Entstehung des Coronavirus angeblich in einem Labor, irgendwo in Wuhan und dergleichen. Also, man muss, glaube ich, schon sehr blauäugig durch die Welt laufen, dort nicht zu erkennen, dass dort eventuell diese Spannungen ganz bewusst forciert werden von der einen oder anderen Seite und dass die aufrechterhalten werden, dass das eventuell ganz bewusst vielleicht auch seitens der Chinesen forciert wurde, um sich in ihrem Bestreben eine Supermacht, sich als Supermacht zu etablieren, so will ich es mal formulieren, dass das nicht eventuell in irgendeiner Form hier Verbindungen findet und dass diese Gegenmaßnahmen, die seitens der USA jetzt auf den Weg gebracht werden, im Hinblick eben auf den Zugang zum großen, zum größten Kapitalmarkt der westlichen Hemisphäre, die USA eben, dass das eben entsprechende Maßnahmen sind, die auf den Weg gebracht werden, seitens der Biden-Administration, querstrich der USA, um den Chinesen hier im Grunde genommen in Anführungsstrichen in die Suppe zu spucken. Diese Spannungen, also, die sind etwas, die sollte man nicht unterschätzen und die sind eben dann in diesem Zusammenhang auch mit einer der Gründe, weswegen ich im Hinblick auf diese Entwicklung gestern hier erstmalig aufmerksam werde. Parallel dazu hat diese Beschleunigung eben tatsächlich in US-Zinsen. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Einen Moment, US-10, wo haben wir sie? Hier, zehnjährige Zinsen, also in meinem Chart jetzt, haben wir gesehen, diese Beschleunigung hat sich fortgesetzt. Wir sind gestern bis auf 1,25% eben tatsächlich gefallen. Sehen jetzt einen ersten Bounce, zurück über die 1,3%-Marke, aber wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, von diesen Höchstkursen hier zu sprechen, die wir im März markiert haben bei 1,77% und das trotz dieser verhältnismäßig dovischen Rhetorik, die da eben seitens der FED, genau, der FED am 16.06. angeschlagen worden ist innerhalb ihres letzten Meetings. Also Fakt ist auf jeden Fall, diese Zunahme hier an, oder diese verstärkte Nachfrage nach hochliquiden Titeln an der Stelle eben des T-Note Futures, des Futures, der im Anleihebereich, State of the Art ist, könnte man sagen, beziehungsweise der erste Hafen ist, der angesteuert wird, wenn es eben, wenn sich finanzielle Spannungen oder Spannungen am Kapitalmarkt eben abzeichnen. Diese verstärkte Nachfrage nach diesen Titeln, die korrespondiert mit entsprechenden fallenden Zinsen, die sich hier seit graumer Zeit zeigen, auf die wir aber keinerlei stärkeren Push dann in der Stelle auf der Unterseite im US-Dollar sehen, sondern tatsächlich den auch BIT sehen. Also das heißt, die Nachfrage nach US-Dollar zeigt gleich, Gold nicht wirklich in der Lage ist, Momentum aufzunehmen. Das ist jetzt natürlich dahingehend ein bisschen schwierig, weil man natürlich hier diese Basel-3-Entwicklung hat und eventuell kommt es da zu Abgabedruck, der den Goldpreis eher unter Druck hält, aber eventuell ist auch das Unterdruckhalten des Goldpreises ein Indiz dafür, dass man hier eventuell sich Liquidität beschafft, um schon auf anziehende Volatilität sich vorzubereiten in irgendeiner Form. Und diese einzelnen Bausteine, wenn man die eben zusammenführt, die führen einen dann eben zu der Frage, folgerichtig, ob solch eine Bewegung, solch eine Gegenbewegung hier wirklich nachhaltiger Natur ist oder nicht eventuell die Vorbereitung eines nächsten noch aggressiveren Lackdowns. Und deswegen sollte man das im Hinterkopf behalten, was dort eben gerade mit den USA und China passiert. Das ist meiner Einschätzung nach eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, in Anführungsstrichen gefährliche Entwicklung für die Bullen, so möchte ich es vielleicht am ehesten formulieren, weil genau eben eine Eskalation hier jederzeit erwartet werden könnte. Man stelle sich nun mal vor, nur jetzt mal rein hypothetisch, man stelle sich einmal vor, dass China hier jetzt westlichen Firmen den Zugang zum chinesischen Aktienmarkt eben beginnt zu versagen. Jetzt würde man sagen, naja, spielt der chinesische Aktienmarkt oder Kapitalmarkt da wirklich so eine große Rolle? Da müsste ich jetzt tatsächlich selber mir Zahlen zusammensuchen. Ich würde das aber sehr, sehr grob halten. Wir sollten uns immer vor Augen führen, dass der chinesische Markt ganz besonders für ein Unternehmen wie Tesla eine ganz wesentliche Rolle spielt. Tesla in diesem Zusammenhang könnte durchaus ins Visier der chinesischen Regulierer rutschen und könnte in diesem Zusammenhang eventuell stärkeren Abgabedruck sehen. So, jetzt würde man sich sagen, naja, aber Tesla, okay, fair enough, aber ja, es ist eine große Firma, aber spielt das jetzt wirklich so eine massive Rolle in Bezug auf dann den gesamten Kapitalmarkt, die Finanzmärkte? Ich denke, über Umwege schon, denn Tesla ist so gemeinhin im Laufe der letzten 12, 14, 16 Monate, post dann Corona mit Sicherheit zum Lieblings-Trading-Vehikel, besonders der Privatanleger mutiert. Also, selbst wenn Tesla nicht sofort immer heiß ist, jeden Tag, sieht man doch in Tesla verstärktes Volumen. Wir haben einen riesen Hype gesehen, der sich besonders begann zu beschleunigen post Corona hier, mit dann diesen fast vertikalen Kursanstiegen über den Monat Juni, beziehungsweise den gesamten Sommer 2020 hinaus. Diesen fast vertikalen Kursanstieg post der Wahl Joe Bidens, der Biden-Administration, entsprechend hier der Inklusion in den S&P 500. Es hat viel, viel Retailgeld gesehen und Hot Money, die in Tesla-Aktien geflossen sind, in Ergänzung auch zu anderen natürlich im Tech-Bereich sehr stark vertretenen Unternehmen, beziehungsweise auch ETFs, die da aktiv sind, Stichwort Katie Wood und ERK Innovation ETF beispielsweise. Und Fakt ist, denke ich, Fakt ist es nicht, aber ich denke, man sollte sich nicht der Möglichkeit verschließen, dass wenn eine entsprechende Maßnahme seitens der chinesischen Regierung verkündet wird und man vielleicht auch hier ganz besonders in dem Mittelpunkt des Geschehens Restriktionen in irgendeiner Form gegenüber Tesla auf den Weg bringt, das dann kommuniziert, dass man sagt, man möchte eher chinesische Unternehmen, die dort in diesem Bereich tätig sind, wie beispielsweise NIO, XPF zum Beispiel, fördern. Das würde nämlich zeitgleich dann auch sehr, sehr starke bullische Reaktionen in diesen Titeln zum Beispiel nach sich ziehen. Können wir gleich auch noch einen Blick drauf werfen. Aber zunächst einmal wäre das in der Lage auf jeden Fall, Kapital aus diesem Hot-Stock wie Tesla abziehen zu lassen, was natürlich durch die ganzen Milliarden und Abermilliarden, die dort in den Markt geflossen, gepumpt worden sind im Laufe der letzten zwölf Monate, relativ zügig in Spillover-Effects resultieren könnte, die dann eben durch solch eine sich auch politisch härter darstellende Front oder beziehungsweise eine Spannung, die sich dort etabliert, eben auf dem breiten Markt durchschlagen könnte. Also ich würde das nicht unterschätzen, was dort an Rhetorik und an sich verschärfende Rhetorik just jetzt in der jüngeren Vergangenheit an den Tag gelegt worden ist. Kann man durchaus vorstellen, dass das in der Lage wäre, eben hier stärkere Volatilität zu begünstigen. Derzeit sieht es nicht danach aus. Also wir sehen es ja hier, wenn wir uns den 5-Minuten-Chart jetzt zum Beispiel von Tesla anschauen. Das war gestern noch ein, beziehungsweise 8, 8, das sehe ich jetzt schon am Vortag eigentlich. Wir haben dann hier trotz dieser anziehenden Volatilität doch verhältnismäßig starke Gegenbewegungen gesehen. Also gestern sind wir scharf downgegebt, haben um 620 eben notiert und haben dann den Tag beschlossen, hier mit, ausgehend von den Tagestiefs, Aufschlägen von über 30 Dollar oder 5% fester. Also ausgehend von den Tagestiefs für die Tesla-Aktie beispielsweise. Auch der S&P zum Beispiel hat gestern eine sehr, sehr starke Gegenbewegung eben tatsächlich gesehen. Nichtsdestotrotz, man sollte nicht den Tag vor dem Abend loben, in Anführungsstrichen. Wenn wir uns hier die Entwicklung anschauen, ausgetoppt, ausgetoppt nicht, ausgebottomt gegen die 4290er-Region ungefähr. Entsprechende scharfe Gegenbewegung von in dem Fall hier fast 40 Punkten gegen diese Tiefs. Und diese überwinden wir jetzt auch durch die entsprechenden bullischen Vorgaben vom europäischen Markt. Aber nochmal, auch wenn das jetzt erstmal danach aussieht, als wenn es das schon war, es könnte sein, dass gestern ein erstes Signal geliefert wurde, dass eben diese jüngsten Kapitalzuflüsse, die besonders die US-Tregeries gesehen haben und der Zins, den wir unter Druck gesehen haben, dass das nicht von ungefähr kam. Und demnach durchaus die Gefahr besteht, dass wir auch in der kommenden Woche hier die Spannungen aufrechterhalten sehen, beziehungsweise stärkere Abgabedruck sich entsprechend manifestieren könnte, der dann noch einmal auch diese Tiefs hier und einen deutlicheren Bruch unter die 4300er-Marke nach sich zieht. So, das führt uns jetzt folgerichtig eigentlich hier in Richtung des S&Ps. Also wir sehen, es hat eigentlich, und das hört sich jetzt alles sehr, sehr pessimistisch an, was ich skizziere, es hat aber jetzt zunächst jedenfalls noch nicht einmal zu diesem Retest der unseren Aufwärtstrandkanalbegrenzung gereicht. Also diese Region, von der ich hier sprach, wo ich sagte, naja, vielleicht, wenn es mal eine Korrektur gibt, das höchste der Gefühle, was ich dem Markt zugestehe, ist der Bereich dann um 4.220, vielleicht sogar schon 4.260 eben tatsächlich. Also das sieht schon hier in dieser Darstellung, auch vor dem Hintergrund, dieses sehr, sehr niedrigvolatilen Umfeld, sieht das schon relativ dramatisch aus, ist es aber nicht in irgendeiner Form. Also das waren 70 Punkte, das war, wie gesagt, anderthalb, maximal zwei Prozent von den Hochs, die der S&P hier in der Korrektur gesehen hat, aber dramatisch ist es definitiv anders. Nichtsdestotrotz, es hat sich gestern bereits gezeigt, solche Abschläge sind im DAX ohne Schwierigkeiten in der Lage, Kursbewegungen in einer Größenordnung von über 300, 400 Punkten eben Intraday auf den Weg zu bringen, was dann durchaus auch mal zeigt, was passieren würde, an welchen Punktgefühlen wir uns beginnen zu bewegen, wenn dann wirklich die Volatilität mal kommt, um auch zu bleiben und die Unsicherheit eben entsprechend sich weiter fortschreitend zeigt. So wie es derzeit ausschaut, war es das auf der Unterseite schon wieder. Allerdings, damit wir ein klar bullisches Signal geliefert bekommen und dann hier ein höheres Tief ausbilden, ist es essentiell wichtig, dass wir jetzt neue Hochs markieren. Sollte die Volatilität jetzt weiter sich auf dem Rückzug zeigen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir das relativ zügig sogar sehen, wir eventuell sogar mit neuen Wochenhochs und neuen Allzeithochs uns aus der Woche verabschieden, aber man sollte dennoch so ein bisschen vorsichtig sein und sollte eventuell auch die Markteröffnung relativ genauestens beobachten, die wir dann heute Nachmittag zu sehen bekommen. Und sobald es sich Abgabedruck zeigt und auch der SPY, das ist der ETF auf den S&P 500, beginnt sich unterhalb des WeWOPS zu stabilisieren, wäre ich vorsichtig und könnte mir vorstellen, dass es eventuell über kurz oder lang nochmal einen Push auf der Unterseite eben gibt und dass auch der Wix an der Stelle dann nochmal einen Versuch startet, sich zurück oberhalb von 20 Punkten zu stabilisieren. Im Falle des Nasdaq können wir eine sehr, sehr schöne technische Reaktion sehen. Also der übergeordnete Aufwärts-Trend-Kanal hier in Dunkelblau, also Intensivblau, Königsblau vielleicht, auf den konzentrieren wir uns nicht, sondern das, was hier viel interessanter ist, ist diese Entwicklung dort auf der Stunde, dieser Aufwärts-Trend-Kanal, dieser relativ starke, steile Aufwärts-Trend-Kanal. Wir haben von der oberen Aufwärts-Trend-Kanal-Begrenzung wirklich einen Pull-In gesehen, der uns auf die untere, fast punktgenau, untere Aufwärts-Trend-Kanal-Begrenzung hier geführt hat, in dem Bereich ehemaliger Hochs und gegen die es dann auch eine entsprechend starke Reaktion eben gegeben hat. Solange wir uns innerhalb dieses Kanals stabilisieren können, ist auch im Nasdaq, im Tech-Bereich, hier eher mit der Long-Seite weiter zu rechnen und dann auch entsprechend eben neue Allzeithochs, die früher oder später eben markiert werden könnten. Aktuell profitiert Tech natürlich ganz besonders von diesem sich verstärkenden Abgabedruck, der sich eben hier im 10-jährigen Zins auch zeigt. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt einen Eindruck bekommen, wie schnell es turbulenter werden könnte. Also ich persönlich muss gestehen, ich finde das nicht wirklich dramatisch, was an Volatilität in den Markt gekommen ist. Aber sobald man mal den sozialen Medien folgt und dann ein bisschen sich anschaut, besonders Privatanleger hier, da merkst du schon relativ zügig eine zunehmende Emotion, die erstaunlich ist. Also die wirklich erstaunlich ist, wenn man sich vor Augen führt, dass eigentlich nicht besonders viel passiert ist. Also wir sind jetzt im Nasdaq hier von der rund 14.900er Region mal korrigiert und sind hier 400, 500 Punkte mal unter Druck geraten. Das war eine Korrekturbewegung, die in einem High-Beta-Bereich 3% umfällt. Also das ist lächerlich, ehrlich gesagt. Da haben wir schon ganz andere Volatilitätsniveaus gesehen. Aber es sorgt eben alleine dafür, dass relativ zügig eben sich die Volatilität auch auf dem Vormarsch präsentiert. Und ich will das mal ganz kurz hier zeigen, am VIX Future orientieren. Dieser Spike hier, zurück über 20, der sollte meiner Einschätzung nach nicht unterschätzt werden und zeigt, wie schnell die Stimmung hier kippen kann. Und besonders, was wir erwarten sollten, wenn dann dieser Impuls eben nicht so zügig wieder abverkauft wird. Und wir haben uns gestern sogar dann schon auf Schlusskursbasis unterhalb von 20 stabilisiert. Sondern wenn solch ein Spike sich dann mal zurück in Gefilde von Higher 20s, in Anführungsstrichen, also irgendwo im Bereich zwischen 25 bis 29 Punkten oder vielleicht sogar zurück über die 30er Marke eben anziehen, zeigt. Und solch eine Bewegung eben nicht sich dann so, in Anführungsstrichen, wegliquidieren lässt. Es ist natürlich genügend Liquidität da, die für Beruhigung sorgen könnte. Nichtsdestotrotz, diese Spannung zwischen den USA und China nochmal, das ist etwas, das geht mir schlichtweg nicht aus dem Kopf, wenn ich mir diese Entwicklung hier anschaue. Und wenn ich mir diese auch Ruhe und jetzt auch die Reaktion, diese verhaltene Reaktion hier anschaue, muss ich sagen, das sieht eher danach aus, als wenn er früher als später sich diese Spannungen beginnen, dann eventuell auch mal durchaus zu verselbstständigen. Und definitiv eine Gefahr eben dann darstellen, ganz besonders für die Bullen an der Stelle, mit weiterem Abgabepotenzial, welches wir uns dann, ja, also im Nasdaq dann, welches uns mindestens bis in Gefilde um 14.000 Punkte zurückführt, was jetzt ehrlich gesagt dann auch noch nicht schlimm wäre, weil wir würden in diesem Zusammenhang weiter diese übergeordnete Aufwärtstrendkanalbegrenzung, also diesen Aufwärtstrendkanal hier halten. Da würden wir erst in Anführungsstrichen Trouble sehen, wenn wir aus diesem Kanal brechen. Und da wären dann Abschläge nötig, die uns auch unter die 13.000er Marke führen. Vielleicht ein bisschen früher 13.300 Punkte. Soweit sind wir bei weitem noch nicht. Aber es kommen viele Komponenten zusammen, die die Gefahr bergen, hier für diesen Anstieg der Volatilität zu sorgen. Besonders dann auch im Nasdaq. Wir haben eben diese Spannung in China. Wir haben die Entwicklung im Zinsmarkt. Nächste Woche stehen Inflationszahlen an. Wir haben eine anstehende Earnings Season. Viele Unternehmen, Big Player, Big Tech, Giants, so mehr zu mal sie nennen, Microsoft, Amazon und dergleichen, sind schon recht stark gelaufen. Also hier, wir haben Microsoft mit dem Ausbruch auf neue Allzeithochs gesehen. Firma, die eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar erreicht hat. Wir haben Amazon gesehen, infolge dieser News, die hier über den Ticker gelaufen ist im Hinblick auf dieses Jedi-Projekt. Dieser Ausbruch, das ist einerseits eine Bewegung, die sehr signifikant und nachhaltig ausschaut. Und ich hatte ja gesagt, dass man hier jegliche Anzeichen von einer Korrektur, beziehungsweise einer Stabilisierung dann oberhalb von WeWarp Intraday, es ist an der Stelle, dazu nutzen sollte, sich wahrscheinlich eher long zu positionieren, in der Erwartung, dass diese Bewegung eher fortgeschrieben wird und dass wir vielleicht sogar ein projiziertes Kursziel über kurz oder lang anlaufen, bis in Gefilde um 4.200 Dollar vielleicht. Das ist diese projizierte Range, die wir dann an Potenzial auf der Oberseite haben. Aber nochmal, mit Ausblick auf die anstehende Earnings-Season müssen diese Earnings jetzt wirklich massiv über der Erwartung liegen. Die wird sowieso schon relativ hoch angelegt werden, die Erwartungshaltung, dass sie eben dann hier auch entsprechend bullische Effekte dann im Kurs, also in Aktien nach sich ziehen. Sollte es hier zu einem jetzt Buy-the-Rumor-Sell-the-Facts-Event kommen, dann besteht durchaus eine Möglichkeit, dass wir hier einen stärkeren Pull zurück in Richtung der Ausbruchregion sehen. Und genau dieser Korrektur-Modus, der würde dann mit Sicherheit auch auf den Nasdaq durchschlagen. Und da müssen wir uns vor Augen führen, die Bewegung, die wir jetzt hier im Nasdaq oder auch im S&P sehen, der wird von relativ wenigen Aktien getragen, also von den Tech-Giants eben. Die kleineren Unternehmen hier, die partizipieren nicht wirklich an dieser Aufwärtsbewegung. Und das birgt eben dann auch die Gefahr, dass es eher früher als später zu einer tieferen Korrekturbewegung kommen könnte. Also gestern, das war so ein erstes Indiz. Das war so ein erstes Indiz dafür, dass da vielleicht sich Spannungen abzeichnen. Es ist gemeinhin bekannt, also wenn du länger an den Märkten tätig bist und dich bewegst, dass Volatilität beginnt, auch mit relativ starken Bewegungen nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, dass die Volatilität beginnt zuzunehmen, dass die Schwankungsbreiten im Markt zunehmen und dass das der Vorreiter dann zu einer anziehenden Volatilität und einer entsprechenden Korrekturstruktur ist, so mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs, die sich herauskristallisieren. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Also das bedeutet, wenn man jetzt noch seine Hand drauf bekommt auf eigentlich günstige Volatilität, ist es nicht die schlechteste Idee. Ob die Wette aufgeht, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, es macht Chancis-Risiko-Verhältnis-Technisch weiterhin durchaus Sinn, einen Teil seines Portfolios mit Volatilität abzusichern. Volatilität sich ins Portfolio zu legen, für die nächsten drei Monate, das könnte durchaus ein holpriger Kursverlauf geben. Da gibt es genügend externe Trigger, die durchaus in der Lage sind, Volatilität zu begünstigen. Und diese Spannung, ganz besonders zwischen den USA und China, die hatte ich so gar nicht wirklich auf dem Schirm, sondern mein Fokus lag da wirklich auf der Inflationsentwicklung und den anziehenden Potenzial-Spikes in Zinsen. Eventuell sind, besonders als diese Entwicklung zwischen den USA und China, dann das Zünglein an der Waage oder der Volatilitätsbooster, derjenige, welche triggert, der dann eben entsprechend die Märkte in Entschärfung und Korrekturmodus eben bewegt, weil China beginnt in irgendeiner Form Vergeltung zu üben. Naja, das hört sich jetzt so dramatisch an, wir wollen es nicht übertreiben, aber ich glaube, also diese Entwicklung hier, diese Entwicklung seitens der USA, freien Marktzugang oder den Marktzugang von China und chinesischen Unternehmen eben zu beschneiden, die Reaktion, die darauf folgt, das ist auf jeden Fall eine Richtung, wo man denken könnte, es wäre nicht überraschend, wenn China entsprechende Gegenmaßnahmen erreicht. Und wie gesagt, also eigentlich würde man sagen, naja, und? Also nicht, dass der chinesische Finanzplatz so eine große Rolle spielt, aber der westliche Finanzplatz, der ist nochmal vielfaches nochmal größer, aber man sollte sich nicht, man sollte nicht unterschätzen, dass das auch ganz bestimmte Unternehmen treffen könnte, die in China versuchen, im Moment um aufzunehmen, wie Tesla, und dass Tesla einen großen Retail-Anteil eben auch hat, infolge der Rallye der letzten Monate. Also nicht, dass institutionelle Marktteilnehmer hier nicht positioniert werden in Tesla, aber das ist durchaus ein Hebel, den man nicht unterschätzen sollte, ausgehend von der Größe. Wenn wir mal ganz kurz hier bei Finwiz gucken, was wir machen ist, wie hoch ist die Institutional Ownership? Kann man sehen, die liegt bei 42,7%. Also das heißt, mehr als 50% ist Retail. Durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, besonders wenn man sich dann diese Kursentwicklung eben anschaut und diese Überlegung, ist das Smart Money in Anführungsstrichen oder ist das eher Hot Money, die dann auch zügig abgezogen werden könnte und wo die Kapitalabflüsse eben relativ zügig in den höheren Milliardenbereich laufen könnten, die dann auch entsprechende Volatilität an den Aktienmärkten beziehungsweise entsprechend dann auch auf dem breiten Finanzplatz eben nach sich ziehen. So, das also zu Equities im Hinblick auf die Entwicklung, die wir gestern zu sehen bekommen haben. Blick auf den Euro. Nicht, dass sich das Bild technisch hier groß verändert hätte. Hier sehen wir. Das ist vielleicht ganz interessant. Erinnert euch dran, das ist so ein klassisches, wie soll ich das sagen? Das ist so eine Linie, die man offensichtlich in den Charts zeichnet und die aus der Offensichtlichkeit eventuell dann beginnt, ihre Signifikanz zu ziehen. Ich habe gestern diese Abwärtstrendlinie habe ich hier reingezogen, um diese Divergenz wiederum, die wir hier zum Thema gemacht hatten, also die tieferen Tiefs, die sich ausgebildet haben, wo ich gesagt habe, na, vielleicht eine Gegenbewegung, aber ich würde diese Gegenbewegung nicht als nachhaltig, substanziell erachten, solange wir nicht eben hier diese Abwärtstruktur gebrochen haben. Was der Fall wäre, wenn wir diese Abwärtstrendlinie knacken könnten, beziehungsweise zurücklaufen über die 1,19er Marke. Das war, glaube ich, so der ungefähre Sprech, den ich da gestern genutzt habe. Naja, wir laufen fast wirklich punktgenau in diese Trendlinie hinein, prallen von dieser ab, können uns jetzt gegen diesen Bereich um 18.30 ein wenig stabilisieren, mal gucken, ob wir nächsten Versuch starten, aber offensichtlich wird die auch von anderen Marktteilnehmern hier wahrgenommen. Also diese Bewegung gestern, als wir sie eingezeichnet haben, da haben wir noch deutlich unterhalb dieses Niveaus gehandelt und sind jetzt fast punktgenau reingelaufen. Also das ist etwas, so arbeite ich mit Trendlinien beziehungsweise generell mit technischer Analyse, wenn es eben nicht irgendwelche, ja, in Anführungsstrichen, Hokuspokus-Formationen sind oder dergleichen, wo man irgendwie 27 verschiedene Linien einzeichnen muss, um dann irgendwo einen Bereich in irgendeiner Form zu projizieren. Nicht, dass das nicht funktionieren würde, aber ich glaube, das schießt sehr übers Ziel hinaus beziehungsweise ist, um es mit den Worten von Bruce Conor, einem der Marge der Märkte zu sagen, der schon in den 1980er Jahren mit Jack Schweiger hier sich in einem Interview geäußert hatte, der sagte, vieles der technischen Analyse ist auch Mambo-Jumbo, hat er gesagt. Und das ist ein milliardenschwerer Hedgefonds-Manager, Querstrich einer der größten Marktteilnehmer im Devisen-Bereich in den 1970er, 1980er Jahren ganz besonders. Und das ist so ein Feedback, das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, bevor man anfängt, den Chart irgendwie zu überladen, mit irgendwelchen bunten Formationen, bunten Linien und dergleichen und dann im Grunde genommen vor lauter Linien meistens den Kursverlauf gar nicht mehr sieht und er so einen bunten Eimer knete im Grunde genommen hier vorfindet. Das reinzulegen, so eine Linie als Orientierung, das ist hier und auch die Signifikanz, offensichtlich hat sie eine Signifikanz, sie wurde respektiert gestern, nachdem sie verhältnismäßig einfach reingelegt hatte mit dem Verbinden einfach der Hochpunkte hier und jetzt schauen wir einfach, ob diese gebrochen wird oder nicht. Sollte sie gebrochen werden, dann wäre es so, dass wir zunächst scheinbar einen Boden drin hätten, hier im Euro-US-Dollar, sollte es nicht gelingen, die zurückzuerobern und wir nochmal abkippen und unter die 1,18 rutschen, dann wäre das vielleicht das Signal dann auch, dass wir in den kommenden Wochen erwarten sollten, dass wir in Richtung der 1,16 in der Region laufen. Was ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang ist, diese Kommunikation von Frau Lagarde gestern auf dieser Rede, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles, es scheint ein offizielleres Event gewesen zu sein, sie hat sich hier entsprechend geäußert und sagte eben im Hinblick auf die Inflation, dass man dieses 2%-Inflationsziel weiter verfolgt, aber dass man eben auch, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier die, Hier, da, das ist der Ausbruch. On paper, a shift from a de facto Inflation target of just below 2% to a straight 2% target and the move from a cap just below 2% to a symmetrical approach which explicitly allows for temporary overshoots would raise the Inflation target and thus signal an even softer policy stance. Das ist das zu dem hier der Ökonom bei der Bärenbergbahn kam und die Kommunikation von Lagarde ging genau in diese Richtung. Das ist überraschend, dass der Euro darauf nicht reagiert hat, denn sie sagte eben, dass man hier Fluktuation über beziehungsweise unter diese 2%, also auch Overshoots zulassen würde. Das ist jetzt nicht überraschend, das hat die FED in der Form auch schon kommuniziert. Das ist auch eine entsprechende notwendige Anpassung, möchte man fast sagen, der Notenbankpolitik seitens der EZB in Folge der jüngsten Entwicklung und des sich kontinuierlich weiter aufbauenden Inflationsdrucks, der sich auch nicht eindämmen lässt, möchte ich mal sagen. Und genau dieser Overshoot, das dann zuzugestehen, hier in diesem Zusammenhang ist eben etwas, das ist jetzt gerade spannend. Hier oben habt ihr gesehen, dieser Pop, der aufgegangen ist, Breaking Biden to sign executive order aimed at cracking down on big tech business practices. Nicht, dass es überraschend käme. Jetzt müsste man gucken, wie viel davon schon eingepreist ist, aber da gibt es auch jetzt seitens eben der Biden Administration mehr und mehr Attacken eben auf den Big Tech Bereich und dann in diesem Zusammenhang eben die monopolistische Stellung, die dort Unternehmen wie Google, Facebook und dergleichen haben. Das könnte durchaus auf Tech durchschlagen, im aktuellen Umfeld eventuell nochmal einen Legdown nach sich ziehen. Also wie gesagt, ich müsste jetzt en detail schauen, aber das ist auf jeden Fall was, das sollte man im Hinterkopf behalten, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade sagte, dass da eventuell nicht nur Attacken seitens China stattfinden, sondern dass eventuell auch politische Schwankungen beziehungsweise Richtungswechsel sich abzeichnen, die in irgendeiner Form Big Tech in irgendeiner Form eben besonders Unternehmen wie Google, Facebook eben dergleichen attackieren, dass das eventuell ebenfalls nochmal Abgabedruck nach sich zieht. Besonders, weil diese Bewegung im NDR-Stack eben durch diese Big Tech-Companies getragen wird, wie wir gerade zum Thema machten. Microsoft, Amazon, neue Allzeithochs, erinnert euch dran, und dass das eben diese Bewegung trägt, während der breite Markt es nicht mitträgt, was wiederum bedeutet, wenn Big Tech querstrich die großen Unternehmen, die diese Bewegung tragen, jetzt einen Korrekturmodus einsetzen, das würde natürlich dann auch entsprechend nochmal den Abgabedruck im NDR-Stack 100 an der Stelle beziehungsweise auf breiter Front im S&P nach sich ziehen, folglich dann auch auf den DAX durchschlagen, logischerweise. Aber das jetzt nur ganz kurz hier am Rande, also Breaking, klickt da an der Stelle eben tatsächlich rein. Nochmal kurz zur EZB und dem Euro. Dieser Overshoot, also das ist nämlich genau der Punkt, dieser Symmetrical Approach, der da eben angesetzt wird, so nennt man das dann, und dass man dann eben zulässt, dass die Inflation über dieses Ziel von 2% hinweg schießt. Das signalisiert, absolut richtig, wie ihr es hier feststellt, eben das signalisiert, dass man bereit ist, offensichtlich nicht nur die Inflation zu überschießen lassen, sondern eben auch, dass man nicht willens ist, in irgendeiner Form dagegen etwas zu tun, also im Hinblick auf die geldpolitischen Maßnahmen, die sowieso schon laufen. Sprich, etwas anders formuliert, QE wäre davon jetzt unwesentlich beeinflusst, also seitens der EZB, was es sowieso nicht wäre, denn man hat überhaupt keine Möglichkeit, im Hinblick eben auf die Inhomogenität der Eurozone als solches in irgendeiner Form von diesem expansiven geldpolitischen Kurs abzuweichen. Davon ist nicht auszugehen. Wir werden keine anziehenden Zinsen jemals wieder irgendwo in der südeuropäischen Peripherie zu sehen bekommen, sofern uns nicht der Euro in irgendeiner Form vorher in seiner aktuellen Form um die Ohren fliegt. So einfach zusammengefasst kann man es eben halten. Es handelt sich hier nicht um ein wirtschaftliches Konstrukt, sondern um ein mittlerweile rein politisches. Das ist der rein politische Wille eben den Euro in seiner aktuellen unausgegorenen Form, sondern nicht jetzt mal beziehungsweise die wirtschaftliche Lage der Eurozone querstrich der einzelnen Mitgliedstaaten nicht widerspiegelnden Form. Es ist eine rein politische Agenda, die da verfolgt wird und folglich sollte man nicht davon ausgehen, dass da sich irgendwie in irgendeiner Form was aus geldpolitischer Perspektive eben hier ändert. Das in Kombination aber jetzt, also wenn man das zusammenwürfelt, hat eben dann eine Auswirkung, die eigentlich den Euro eher unter Druck bringen sollte. Also du erwartest in diesem Zusammenhang eigentlich eher den Euro mit Abgabedruck, der bleibt allerdings derzeit aus. Also wir sind kurzzeitig eben jetzt hier weiter gelaufen, gestern im Post des Morning Meetings und dann, ich müsste jetzt auf den Zeitstempel gucken, aber eventuell ist dieser Abprall auch hier durch diese Kommunikation seitens Lagards dort irgendwie in irgendeiner Form getriggert worden. Also ich würde es nicht überbewerten wollen, aber nichtsdestotrotz, es gibt schon eine Richtung vor, wohin man erwarten dürfte, was mit dem Euro zeitnah eher geschehen dürfte. Der sollte eher unter Druck gehalten werden, ganz bewusst auch unter Druck gehalten werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Periodistatten eben aufrecht oder hoch zu halten. Man hat offensichtlich kein Problem mit einem zu schwachen Euro und so, also wie gesagt, jetzt rein technisch schauen wir mal eine Bodenbildung, die könnte man als vollzogen bezeichnen, sobald wir uns über die 1,19er Marke zurückschwingen, wirtschafts-, makroökonomisch, querstrich, wirtschaftsdatentechnisch haben wir einen sehr, sehr dünnen Kalender, der jetzt hier in der Woche, in dem Wochenschluss uns da bietet. Also eventuell bleibt dieser Bruch aus. Ein erneuter Rollover und Drop unter die 1,18 würde nochmal den 1,17, 17,80er Bereich nach sich ziehen und dann auch die bärische Seite favorisieren, die uns in den kommenden Tagen in Richtung der 1,16er Gefilde eben führen könnte. Warten wir mal ab. Blicken wir einmal auf Gold. Gold konsolidiert weiter unterhalb hier der, oh nee, Verzeihung, das ist da oben der, hier, unterhalb dieser Region 1,8,15, 1,8,20 dieses Bereich ist hier eine Widerstandsregion, wo wir Schwierigkeiten haben, die zurückzuerobern. Sobald es zu einer Rückeroberung, besonders auf Schlusskursbasis von, ich sag mal, der 8,20 kommt, denke ich, wären weitere Aufschläge in Gold denkbar, die uns in Richtung hier dieser ehemaligen Unterstützung und jetzt Widerstandsregion um 1,850, 1,860 US-Dollar pro Feinunze führen könnten. Es sieht allerdings danach aus, es sieht danach aus, als wenn den Bullen hier so langsam aber sicher im Zusammenhang mit dieser Aufwärts- oder Gegenbewegung gegen die 750er-Region so ein bisschen die Luft ausgeht. Und dieser Aufwärtstrend, der ist jetzt gebrochen worden, also das heißt, es ist essentiell, um dieses bullische Momentum wieder aufzunehmen, dass wir eben hier über die 8,15, 8,20 laufen, querstrich oberhalb dieses Levels dann auch entsprechend einen Tagesschluss zu sehen bekommen. Sobald wir zurück unter die 1,800 rutschen würden und dann auch unter die 1,790 fallen und unterhalb dieses Levels schließen, wäre das eventuell das Ende dieser Aufwärtsbewegung mit entsprechend weiteren Abgaben. Diese Entwicklung ist durchaus auch nicht zu unterschätzen. Wir sollten nämlich immer uns vor Augen führen, der Zins, der ist relativ stark unter Druck gewesen, ohne dass Gold hier diese deutliche Rückkehrung unter 1,800 hat vollziehen können. Früher oder später wird es mal zu einer mindestens technischen Reaktion im 10-jährigen US-Zins kommen und genau diese technische Reaktion und dieser anziehende Zins sollte in dem Kontext dann eben durchaus nachvollziehbarer Weise dazu führen, dass Gold eher einen schärferen Pull-In nochmal sieht, der uns deutlicher zurück unter die 1,800 führt. Also man sieht, ich habe jetzt im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen, nicht langfristig, aber zumindest kurzfristig, meinen eher bullischen Bias in Gold begraben und könnte mir an der Stelle eben vorstellen, dass wir eventuell hier nochmal einen Lockdown zu sehen bekommen, welches Gold stärker unter Druck sieht, was ganz besonders damit korrespondieren würde, wenn eben der US-Dollar auf breiter Front sich weiter stark zeigt, wo wir ja wissen, dass wir Gold hier als negativ zum US-Dollar korreliert eben tatsächlich sehen sollten. So, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Also wie gesagt, die Key-Level sind 1,820, 1,97, Tagesschluss unter 7,90 macht nochmal einen Lackdown mit Ziel 57 und vielleicht auch dann hier der November-Tiefs denkbar. Tagesschluss über 8,20 öffnet erstmal, eröffnet weiteres Aufschlagspotenzial in Gold in Richtung der 1850, 860er Region. Blick auf den Zins ist definitiv nötig an der Stelle durch die Korrelation, sprich, durch den Überdehnten Modus auf der Unterseite scheint es eher wahrscheinlich, dass wir den Break auf der Unterseite zu sehen bekommen, aber ich lasse mich da gerne vom Markt eines Besseren belernen, wie gesagt, aber wir müssen die Geduld eben mitbringen. Der nächste potenzielle Impulsgeber, vielleicht konsolidieren wir innerhalb dieser Range auch innerhalb der nächsten Tage, bis es dann eben nächste Woche, jetzt muss ich mal kurz schauen, aber mit den Inflationszahlen eben, dass wir da aus dieser Perspektive dann den nächsten Impulsgeber sehen. Ich müsste jetzt mal gucken, ganz kurz, machen wir kurz hier einmal, Trading Economics auf, einen Augenblick und dann gehen wir mal kurz auf die Indicators, auf die Countries, auf die United States, auf die Inflation Rate und auf das Datum 13.7. Also das heißt, nächste Woche Mittwoch, nächste Woche Mittwoch 14.30, da wissen wir mehr. Sobald wir hier einen Top sehen, in Anführungsstrichen, oder einen Print unterhalb von 5%, wäre das kurzzeitig ausgehend von dem überdehnten Modus der Zinsen auf der Unterseite auch zudem möglich, dass es dann infolgedessen eben einen Spike in Zinsen gibt. Also eventuell haben wir hier eine in Anführungsstrichen Win-Win-Situation. Könnte sein, dass wir bis nächste Woche Mittwoch zwischen 97, 8, 20 in Gold konsolidieren und dann den Richtungsgeber, Impulsgeber, entweder Continuation, also Fortsetzung oder Umkehr, eben nächste Woche Mittwoch am 13.07. eben 14.30 zu sehen bekommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Chatbox durchgehen. Ja, China ist ein Thema, was soll ich machen? Ich bin nur der Überbringer der Botschaft. Also, dass aktuell China eine wesentliche Rolle spielt, glaube ich, steht außer Frage. Ich muss dazu aber nicht zwangsläufig auf den Hang Seng gucken, sondern ich glaube, es macht dann auch Sinn, in diesem Zusammenhang den Hauptmarkt an der Stelle eben den S&P oder den Nasdaq eben zu berücksichtigen. So, ja, soweit wäre es das tatsächlich gewesen. Haben wir Gold haben wir, Euro, S-Dollar haben wir, britisch Pfund, kurzer Blick, hat sich nicht dramatisch verändert. Bis dato sieht die Konsolidierung hier oberhalb von 1,37 beziehungsweise eigentlich oberhalb jedes EMA 200, können wir dann an der Stelle auch sagen, verhältnismäßig positiv aus. Sobald es zum Fall unter dieses Level kommt Abschläge bis 1,34 denkbar. Wie gesagt, dieser Trendbruch oder dieser Bruch dieser Trendlinie ist definitiv nicht zu unterschätzen. Mein eigentlich bullisches Bild hat sich dadurch jetzt eingetrübt. Eventuell ist auch hier eine verstärkte Nachfrage durch De-Leveraging und dergleichen zum US-Dollar eben dann einer der potenziell bierischen Treiber. Ich denke weiterhin allerdings, dass britisch Pfund zum Euro eher outperformed gesehen werden sollte. Ja, und soweit wäre es das natürlich dann für den heutigen Tag im Großen und Ganzen gewesen. Dann würde ich an der Stelle sagen, happy trading. Ja, happy trading, passt auf die Sops auf. Ich wünsche euch ein schönes, erholsames Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag. Dann am ich muss mal kurz gucken, 11. ist es? Nee, 12. Verzeihung, ich habe gerade Mittwoch gesagt, es ist natürlich der 13. ist Dienstag, Verzeihung. Montag ist schon der 12. Ja, ich komme so ein bisschen durcheinander mit den Tagen. Okay, also am Montag, den 12. Ja, sehen wir uns wieder zum Morning Meeting gemeinsam hier mit Markets, 10.30 Uhr. Und ja, bis dahin, wie gesagt, passt auf die Stops auf, abonniert gerne den Kanal, gebt gerne ein Like, falls euch das Video gefallen haben sollte. Falls ihr Fragen habt zu anderen Märkten, die wir auch mal betrachten sollen oder gleich darüber hinausgehend, schreibt das gerne in die Chatbox unterhalb des Videos. Wer hier die, na, wer die Handelsplattform ausprobieren möchte, der, gehe gerne auf markets.com und dann auf die Plattform, ich stelle mal ganz kurz den Link hier ein, einen Moment, so, Plattforms, zack und dann einmal hier so, ich stelle das einmal ganz kurz hier ein und ja, soweit sei es meinerseits gewesen. Also, wir hören uns am Montag wieder, happy trading, pass auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss. bis dann, bis dann. Vielen Dank.